Ich bin Elena Gorschenova, ich singe die Rolle der Corinna in der neuen Produktion Ilvergio Reims. Die Corinna habe ich zum ersten Mal am Theater in Antwerpen und Ghent unter der musikalischen Leitung des Rossini-Spezialisten Alberto Zedde gesungen. Ich singe gerne Viaggio, weil die Musik leicht ist und schöne Melodien und Koloraturen hat. Heute haben wir eine Probe mit Tenor Belfiore gemacht. Und diese Szene ist sehr interessant, weil ich dort manchmal sehr aggressiv sein muss und sehr streng. Ich würde nicht sagen, dass es ein großer Spaß ist, aber ich würde sagen, dass es eine Energie ist. Ich freue mich sehr auf die Premiere und ein Wiedersehen mit Ihnen. Nein! Ich freue mich sehr. Untertitelung des ZDF, 2020